Kobolde auf sieben wäre auch geil, aber Scheiße Kacke AHHHHH Guten Tag liebe Leute, hier ist der Guzoa wieder, er spricht wieder schön schnell, so wie es sein soll Das wollte doch alle, er geht nicht dazu Jungs und Mädels, und zwar folgende Sache 6,9 Millionen habe ich hier und ich habe mich wirklich dafür entschieden, jetzt hier was Geiles zu machen Obwohl, Päckerchen wäre natürlich auch geil, aber ganz ehrlich, ich würde mich wirklich für die Miner entscheiden Die kann ich jetzt natürlich noch nicht upgraden, aber ein bisschen Boost schadet nie und dann passt das schon Denke ich mal, dann ist das locker leicht So, hoffe ich mal, dass die einer hat, haut rein, ja sehr geil, sehr geil, sehr geil, das ist gut Wie geht das? Sehr geil Oh sehr, besser ging es gar nicht Einfach rein Und dann weiß ich natürlich auch, dass mein Zweit-Account Äh, wieder mal Alter hat Hat Noah wieder gut losgelegt hier, wenn ich das Goldlager sehe Richtig, richtig nice Oh, ich liebe das Ich liebe das Ja, also man kann sich halt einfach über so eine kleine Sache freuen Und dann passt das Ne, ähm, und zwar So sieht das aus Also sprich, die Miner müssen rein Auf jeden Fall Und dann läuft das Dass ich halt wirklich dann die im Upgrade habe Dann wieder das gesamte LX weg habe Dann, ja, Kanone Ja, Luftabwehr ist halt für den Hintern, glaube ich Luftabwehr ist halt echt so Bäh Könnte man nehmen Könnte, muss man nicht Könnte man, aber Aber ich mach's nicht Der ist Ja Könnte man nehmen, muss man aber nicht So eine Sache ist das halt, weißt du Also Und dann 15er Helden Da sag ich mir Buja Kascha Ja Also Da muss der Taunol wegflattern Der ist nicht mal im Klaren Ah, kurz überlegen Wie kommen wir am besten ran Hier Ich probiere das hier Und dass man gleich den Inferno halt auch wieder mithittet Auf jeden Fall Und jetzt halt Golly Golly Zack 1, 2, 3 Wir sind dabei Und hier jetzt können die Helden eh nicht raus Somit kann ich jetzt richtig schön füttern Ich, ich, ich spamm jetzt mal richtig hart Dann hier gleich die Rage Spells Und hier sehe ich, dass das richtig in die Hose gegangen wäre So, jetzt mach dich mal hier ein bisschen nützlich Schade Aber der Inferno sollte jetzt down gehen Dann ist das auch keine Gefahr mehr für alle anderen Und die Queen ist noch richtig gut dabei Das passt Die wird jetzt geheilt Da ist kein Inferno in der Nähe Das passt Zack Rage Also Ability Wir sind jetzt gleich bei 50% Das passt Und wir haben halt eben auch Loot Also es ist nicht so Na ja Aber klar Die Queen wird down gehen hier Definitiv Bloß dann müssen die Heiler schnell rüber zum King Der nicht mehr da ist Schade Da hätten wir mehr kriegen müssen Aber es sind halt eben Ein 2 Star ist es geworden Und das passt Wir sind hier bei, ja, 350% Passt Also 760, 780, knapp 800k Was will man mehr? Das muss es sein Und dann passt das Dann ist das vollkommen in Ordnung Ballons Das heißt, ihr wollt Ballons 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Zack Sollte passen Sollte passen Und schon ist das Spendenverhältnis Wieder halbwegs Auf einem guten Weg Würde ich sagen Aber wie gesagt Davon lebt halt meiner Meinung nach Auch wirklich ein Clan Dass man sagen kann Gut, okay, komm Ich kann mich darauf verlassen Da müssen halt gute Sachen kommen Besonders wenn wir gerade im CW sind Ist das gar keine Sache Da muss halt gespendet werden Und fertig Hier hat sich jemand die Zähne dran ausgebissen YOLO Hat es probiert Würde ich gerne mal sehen Würde mich echt interessieren Kleinen Moment Alter, hat der YOLO schon seine Queen auf 40? So Geben wir uns mal ganz kurz Da muss es aber für ihn echt Scheiße gelaufen sein Ich würde sagen Er ist irgendwie von der Seite gekommen Und wurde dann durch den Inferno zermetzelt Weil ganz ehrlich Wenn er von hier irgendwie gekommen wäre Würde ich sagen Hätte ihn der Inferno nicht so auseinander genommen Aber er muss eigentlich Ja Also Von der Sache her würde ich jetzt sagen Hier Adlerartillerie natürlich irgendwie ausschalten Klar Gucken wir uns mal an Da bin ich echt gespannt Genau Ja, genau Dass er von da gekommen ist So Und dann Der hier Vollkommen klar Aber warum der? Genau Adlerartillerie weg Und Sehr sehr nice Wenn ihr es vorher gesehen habt Vorher hat der King noch Die beiden Riesenbomben aktiviert Und das ist natürlich mega nice Der Rest ist noch nicht direkt drinnen gewesen Passte Jetzt setzt er hier den Warden ein Das sieht eigentlich richtig nice aus Aber ganz genau Er wird Im Bereich dort oben Vom Inferno gebumst Ganz klar Das ist es halt Das ist es halt Und kam dann halt nicht direkt ran Weil sonst hätte ich echt gesagt Ey Was soll ihm den Sieg kosten? Was? Aber ganz genau Das war es halt Und es ist ja nicht so Dass ich es nicht gesagt hätte Dass halt eben Da oben wirklich Mit dem Inferno Kommt man nämlich locker hin Den Zermetzelt man und fertig Aber halt der Single Inferno Das ist halt das Problem Aber warum? Da hättest du doch Eher noch hier Auf die Prozente hoffen können Aber ich meine ganz ehrlich Ein Prozent dann Echt Das ist echt Eine richtig 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 Alter ist das knapp Ich würde mal sagen Der hat sich gerade Richtig in den Arsch gebissen Echt knapp Aber so ist es halt So jetzt wird hier Na okay Im unteren Bereich Relativ uninteressant Ähm Im sehr weit unteren Bereich Aber gut Kann man natürlich dann Mit einer Gekonnten Sache Hier richtig schön Ein Three Star holen Er greift erstmal Ganz spontan Ohne CB an Ist natürlich auch Also ist ja Eine Verteidigung Aber ist natürlich Sehr Sehr Krass von ihm Erstmal zu sagen Gut okay Ich greife mal ohne CB an Läuft bei ihm Aber gut Das Ding ist gegessen Aber wie gesagt In dem Bereich Klar Da gibt es einen Three Star Und fertig Aber so ist das So Gucken wir uns das mal an Insgesamt Wie es jetzt ausschaut 30-30 Aber jetzt gucken wir Kurz auf die Verteilung Im oberen Bereich Haben wir noch nicht Wirklich viel kassiert Tim hat einen Two Star Bekommen Gucken wir gleich mal rein Das würde ich gerne Sehen Und jetzt gucken wir mal Hier Da ist aber auch noch Nicht so Der Hit Ich meine okay Die Town Hall Elfer Verstehe ich Bin ich safe dabei Das ist in Ordnung Obwohl wir auch Drei Town Hall Elfer Haben So ist das nicht Aber die werden noch nicht Angegriffen haben Großartig Mein Team Alexander hat noch gar nicht Ganz genau Das passt Die anderen haben Ja wie gesagt Hier Das tut echt weh Das ist echt schade Auf jeden Fall Aber so ist das Leben So Aber ich würde gerne Den auf Kleinen Moment Nicht dass ich hier Jetzt schon wieder Ne okay Die können wir noch mal Kurz nachschicken Hier Zack Zack Genau Das ist alles In Mache Die sind schon durch Passt Ich kann wieder Anfragen Passt Genau Jetzt gucken wir uns Noch mal kurz Den Den Angriff Oder Beziehungsweise Die Dev An Und Da wurde er Mit 84% Angegriffen Hier natürlich auch Wieder gute Kombo Gewählt Dass er gesagt hat Nicht mehrere Baby Dragon Sondern halt nur Einer Dass der halt Im Rage Drin ist Und halt eben Auch da Einfach präsent Ist Hier haben wir Jetzt ein riesiges Problem Dass der Inferno Der Inferno Der Inferno Wird noch mal Richtig was Reißen Im Spielverlauf Jetzt wird der Golly angekrochen Kommen So Schnell 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 Golly Ist down Zweiter Golly Ist down Oh Nice Richtig Nice Richtig nice Das ist Definitiv Das ist der Punkt Warum Tim Nicht Gethreestart Wurde Definitiv Hier ist schon Wieder Truppen Ohne Ende Gekillt Richtig 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 Nice Alter Was der Alter Der Der Muss Den Orden Der Der hat Den Orden Verdient Auf Jeden Fall Richtig Richtig Nice gewesen Richtig Nice Gutes Ding Und Wäre Der Andere Nicht Auf Multi gewesen Bin Ich Der Meinung Wäre Es Noch Besser Aus Gangen Ganz Tut mir Leid Tut mir Leid Ich hoffe Ihr Verzeiht Mir Das Wenn Ich Hier Kadek Wird Natürlich Gleich Schon Mal Gebumst Nur Alleine Durch Die So Wie Ich Halt Auch Mache Gleich Zack Bumm Weg So Guckt Mal Der Gegner Hat Hier Schon Mal Ein Bisschen Übertrieben Mit Den Mauer Brechern Klar Er Wollte Hier Auch Schon Auf Haben Und Das Hat Schon Nicht Mehr Geklappt So Jetzt Hier Die Valkyren Haben Was Abbekommen Der Was war Da Da War Ein Heil Ja Okay Der Hat Ein Bisschen Komisch Was Gemacht Im Inner Range Vom Inferno Den Heil Den Braucht Man Sich Dann Eher Nicht Antun Aber Gut Ich Bin Wirklich Der Meinung Hier Wäre Definitiv Dann Der Golem Schon Früher Gekillt Wurden Aber An Der Stelle Der Multi Mega Nice Mega Mega Nice Richtig Cool Kobolde Auf 7 Wäre Auch Geil Aber Scheiße Kacke Ah Ja Das War Jetzt Ja Damit Haben Wir Jetzt Natürlich Ein Name Für Die Folge Scheiße Ich Wollte Nur Reingucken Kurz Scheiße Okay So Ist Es Halt So Ist Das Leben Es Werden Keine Miner Es Werden Kobolde Die Die Hier Oben Natürlich Jetzt Gar Nicht Brauche Wenn Sie Auch Alle Sagen Alter Was Hat Der Für Eine Scheiße Im Upgrade Aber Gut Obwohl Die Infernus Nur Auf Multi Stehen 400.000 Aber Das Town Hall Ist Echt Gut Beschützt Aber Obwohl Wenn Man Hier Aufbricht Wenn Man Hier Kommt Man Noch Besser Irgendwo Ran Hier Dass Man In Inferno Halt Noch Mal Ein Bisschen Unsplasht Ach Kommt Leute Wo Ist Das Müsste Ganz Ganz Locker Passen Hier Zack Und Jetzt Wähle Ich Wirklich Nochmal Extra Die Zusätzliche Zeit Sozusagen Dass Schneller Geht Definitiv Ich Muss Die 50 Prozent Hinbekommen Boah Das Gibt's Nicht Das Ist Echt Scheiße Das Ist Schade Oh Ich Hätte Oh Zumal Es Echt Richtig Viel Gab Kacke Kriegen Mal Das Hin Kriegen Mal Das Irgendwie Hin Ne Das Wird Nichts Das Ist Echt Das Ist Kacke Gewesen Das War Also Ich Würde Mal Sagen Definitiven Kobold Fail Und Natürlich Auch Aha Das Ärgerlich Da Hätte es Richtig Schön Punkte Gegeben Und Das Habe ich Versammelt Da Ärgere Ich Mich Aber So Ist Das Leben Haut Mal rein Ich Wünsche Euch Was Ciao